Hey Leute, da sind wir wieder zurück, beim nächsten Part. Und die zwei Spacken, die jetzt hier rumgedingsen, die wollen, also die wollen echt eins aufs Maul. Und das sollen sie ruhig haben, also, ne? Hi. Hi. Geil. Na, super. Das gibt's nicht. Als ob ich sowas machen würde. Na, 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 na. Also, bei dir muss ich mit allem rechnen. Oh, Gino. Du Arsch. Mit mir? Alles klar? Also, Leute, ihr habt gehört, mit mir würdest du rechnen, das heißt, das war die letzte Folge für mich, ne? Demnächst ist es ein Solo. Ähm. Ähm. Ne? Ich habe jetzt gerade eben gedacht, wieso haben wir jetzt hier, ähm, wieso ist PvP an? Ähm. Entschuldigung, habe ich testet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott Du bist gleich tot, ne? Naja, ist ja nichts Neues. Okay. Ist ja nichts Neues bei mir. Ich hab dich ja schon dran gewöhnt. Oh man. Okay. Was denn? Oh. Eine Kiste. Was hast du getut? Mit ein bisschen Eisen nunmehr nicht. Das Eis ist gut. Fürs Team. Das Team ist mir egal. Beste Einstellung. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm? Was? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Von wem? Ich werde jetzt keine Namen von anderen Let's Playern jetzt hier im Video nennen bevor es dann heißt. Achso ich dachte von dir. Okay. Ja von mir sowieso, ne? Ja von mir sowieso, ne? Aber es ist auch auf andere ähm... Ich nenn's jetzt mal Kollegen. Ja. 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 Ich bin in bomben Stimmung. Ja. 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 Viaja. Na gut dann beiß du für mich selber. Ja. Walzi für dich. Ballzi. Gelug. Wenn du jetzt so anfängst, ist alles gut Oh, hier ist noch eine Kiste, sehr schön Warte, ja auch Oh, ein Hammer, aber der ist so langsam Und dann eine Giftwaffe mit 20,4 Damage per Swing Oh Mann Das ist aber ärgerlich Tja, wem sagst du das? Was machen wir da nur jetzt? Ausrasten Tja, wieder Ja, Tourette, Freunde Nein, das ist nicht Tourette Mann Ah Ich glaube hier unten ist noch eine Kiste Ja, sehr nice Und noch eine Tech-Card, wunderbar Und noch eine weitere Kiste Danke Na, so fettig wollte ich heute nicht mehr essen, ist das mal Aua, aua Fühlst du dir wieder selbst Schmerzen ziehen? Nein Huch, aber ich mir gleich Sehr gut Alter Ein Paradies Naja, geht so, ne? Ja, das was hier so an Materialien in den Wänden ist, das ist schon... Also mir gefällt's Also mir gefällt's Also mir gefällt's Perfekt Scheiße Scheiße Ohhhh Sag mal Ey, das ist ganz einfach nicht besser Ach, schön Ich freu mich Sind wir schon wieder gestürzt? Äh, nee Ich baue hier noch gerade alles und hier mit Erde zu Weil ich nicht an die Ecke rankomme, wo ich eigentlich hin will Also... Perfekt Besser jetzt nicht Oh, hey, ich hab schon wieder Hunger Sehr nice Oh, hey Ich hab das gedacht Hey, sowieso mit dem Hunger, das haben sie ganz schön, äh, bescheiden schön eingestellt Oder? So Wo viel Fros? Ich find das einfach noch ein bisschen heftig, also jetzt besonders Für die Bereiche hier Na gut Das hab ich gerade hier links an der Seite eine Fackel gesetzt Oh, was haben wir denn hier? 45 45 Drei Bomben Und Eine Piste Ja, ne gut Ja, kann man Kann man mitnehmen Alles gut Ja 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 So Geil. Voll weggezwiebelt. Aha. Ja. Oh, was ist das denn da? Oh, der Server hakelt gerade ein bisschen. Geht so. Bei mir hat er gerade so ein bisschen, ja. Oh, was sind die noch für... Also, entweder habe ich vorhin sehr schlecht abgebaut oder du hast einfach hier nicht alles... ...gesehen, was du sehen wolltest. Ach, jetzt... Das weiß ich jetzt wieder. Naja, klar. Was ist los? Irgendeiner muss doch schuld sein. So liebt der Lachs hier also. Naja, klar. Normal. So, komm, hier das Eisen nehmen wir auch noch mit. So. So. mal was die kohle, da drüben müssen wir sie auch noch mitnehmen komm, gönnen wir uns geil sehr nice wenn wir gerade schon mal hier sind dann gönnt man sich das mal ich könnte jetzt eigentlich auch hier drüben hochgehen okay, hier werden auch noch so ein paar vereinzelte materialien oh, hier auch wieder reichlich kohle das ist immer gut gino, bist du noch da? ja, ja, ich bin noch da ich habe hier gerade eine ich habe hier gerade eine tür gefunden, willst du mit? äh, ja, warte müsste ich einmal ein bisschen ich weiß jetzt nicht, wie weit du von mir entfernt bist also hier sind auch noch so viele Rohstoffe, alter, die muss ich eben noch mitnehmen so jung kommen wir hier nicht mehr zusammen so jetzt erstmal wäre ich hier auf eine Ebene das beste wäre hier für das Spiel noch eine, ich sage mal eine Minimap äh, wo man sich dann so, ich sage mal auf der Karte sehen könnte ja so ouch okay, also hier warst du auch schon ich sollte mich mal heilen das ist ja vielleicht besser das sind auch noch so viele Rohstoffe ich hab hier Cert sare ich es ist es vielleicht nicht ich aber ich habe So, warte, jetzt muss ich ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich bin hier gleich so in deiner Nähe. Ach, hier, guck mal. Warte. So. Alles klar. Dann mal los. Ja, ja. Ähm. Okay. Oh mein Gott. Oh, was, ich habe ihn noch mal eben. Oh mein Gott. Aua. Aha. Brauchst du noch von den, ähm, Medizinpics? Nein, 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 nein. Gut. 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 Ui, 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 ui. Oh, sehe ich von Lava. Ja. Aber es ist gut aufgebaut. Oha. Hahaha. Höh? Hi, 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 hi. Ähm. Alter. Äh, das Ding hat es aber in sich. Nein. Okay. Eins. Zwei. Ohohoho. Ohohoho. Puh. Höh. Ohohoho. Scheiße. Ich warte. Eieiei. Ist das schwierig. Weil der portet dich wieder zu mir. Ja, jetzt kannst du das machen. Dann warte ich erstmal hier. Genau, ich würde sagen, du wartest und, äh, ich probiere es erstmal. So, ich warte jetzt hier oben. Uh. Oh. Soll ich erstmal alleine oder, ähm, na gut. Das ist eigentlich einfach. Na, man muss hier mit allem rechnen. Du weißt doch, wie das ist. Egal. Ach, du Scheiße. Alter. Ohohoho. Gehen sie vor, ruhig. Ähm, gut. Du wartest hier, wenn ich, äh, sterben sollte. Ich hab Bescheid. Ohohohoho. So, zwei Hand Schusswaffe, eine Hose, na gut, kann man höchstens verkaufen. Könnte man, ja. Wollen wir mal, den Granat-Launcher, das wäre vielleicht was Gutes für mich. Nimm mit. Willst du die andere Waffe nehmen? Zu höchstens verkaufen. Ja, gönn dir. Hose auf. Höchstens verkaufen. Ja, naja, wofür denn sonst? Ja. Also ich glaube, alleine wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Ja, ich bin jetzt nicht auf dem Schiff, ne. Porte dich einfach zu mir. Will ich aber gar nicht. Dann musst du oben bleiben. Warte mal. Alter, geil. Das ist cool. Warte, ich kann ja mal eben die andere Waffe hier mal austesten. Hier, da ist übrigens der eine Hammer, den ich gefunden habe. Cool, mal Rissklick. Hä? Hä? Da ist das irgendwie doch besser. Hey. Hey, bleib noch mal kurz unten. Warte. Ich hau ab. Warten Sie. Unser Engelschor. Der braucht nur Leute. Ja, aber ohne mich. Alter. Ja, aber... Warum müssen diese Schmerzen sein? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Das ist doch lustig. Ja, ja, sehr lustig. Ja, ja, ja. Aber sowas von. Oh, was sind wir denn hier? Mein zu Hause. Oh, geil. Oh, was ist denn da noch eine Tür? Ist auch noch eine Tech-Card. Nehmen wir mal mit. Oh. Sag ich doch. Gönnen wir uns, komm. Komm. Ach, es wird ein Spaß. Na, ich freue mich jetzt schon. Okay. Oh, nee. Ach, du Scheiße. Soll ich als erstes? Machen Sie mal. Alles klar. Oh, Gott. Boah. Alter. Ja. Warte. Ich warte ab hier. Ich hab's gesehen. Ich war jetzt fest der Meinung, dass man auf dieser Plattform, dass man da stehen kann. Deshalb wollte ich da eigentlich auch drauf gehen. Aber das hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt. Aber okay. Soll ich jetzt mal, oder? Ich warte nochmal hier. Ja gut, weil ich ja aufnehme. Also, ähm, nicht, dass du dich da jetzt wunderst, weil ich jetzt hier einfach ohne weiteres weitergehe. Alles gut. Boah. Scheiße. Fuck. Mögen Sie Mario? Nein. Nein. Mochte ich noch nie. Ja, komm. Ähm, m-m-m. Ach, ist das... Oh, schön. Willst du vielleicht erstmal rüber zum Dings gehen? Soll ich das machen? Ja, mach mal. Oh, ich kann das gehen, ne? Ja. Du bist jetzt da, oder? Okay. Oh, Gott. Ach, Mann. Ja, ich komm. Ja. Ah. Warte auf, wir machen das jetzt so, wenn ich hier drüben auf der Dings-Plattform bin. Komm ich nach. Dann bringst du dich um und, ähm, oder kommst nach, oder wie, oder was, äh, wo ich... Was? Ähm, ich hab... Ey, ohne Scheiß, ich hab grad nicht die A-Taste gedrückt. Wieso ist der zurückgegangen? Warum? Hä? Das, ne, ohne Scheiß, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ne. Ach, du Fesse. Ach, du Fesse. Sag ich mal? Ja, versuch du nochmal. Oh, Gott, Alter. So, warte. Ich warte hier oben, ne? Dass du nachkommst erstmal. Weißt du, warte, ich mach... Ich motivier dich jetzt mal, okay? Oh, nein. Ne, komm, das, das, das lenkt nur mehr ab wie sonst was. Lass es bitte. Ähm. Go. Pass auf. Bleib da einfach stehen. Wenn ich sterben sollte, dann, äh, komm ich da... wieder. Was? 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 Hä? Ach, hier, mein Handy hat sich grad gemeldet. Ich wollte grad sagen, was ist jetzt los hier? Oh! Oh, die Irre. Ja, ich bin drüben! Okay, ich komm nach. Ein Einhandschwert mit 6,2 Damage. Nein! Ähm. Du, da ist noch ein, äh, Manipulator-Modul-Upgrade drin. Und ne Tech-Card. Und halt dieses Einhandschwert. Ich nimm das mal alles mit. Nimm mal mit. Und dann, äh, treffen wir uns gleich auf dem Planeten. Also hier auf dem, äh, auf dem Dings wieder. Boah! Hilfe! Ähm. Scheiße! Ist auch ein Schiff, ne? Ja. Hahaha! Ja. Okay. Das war eine sehr schnelle Höhlen-Tour. So, warte, ich guck jetzt grad mal hier, ich habe nämlich vier von diesen, äh, Manipulator-Modulen-Dinger. Ja. Jetzt kommen hier acht nochmal dazu. Das sind dann 20 Tech-Card-Upgrades. Äh, und ich glaube diese Tech-Card-Upgrades, die sind dann hier für unsere, ähm, aktiven, äh, Techniken, die wir ja gedingsen können. Ja, wo konnte man die nachgucken? Ja, wo konnte man die nachgucken? Nur beim, äh... Hier im Outpost. Ach schon, nur in dem Outpost. Genau. Hatten wir ansonsten noch irgendwo die, äh, Manipulator-Module? Ne, ne? Ja, in deinem Schiff, Schiff-Blocker, guck mal rein. Ja, äh, die, die hatte ich schon, äh, die letzte Male rausgenommen. Achso. Ich balladier, mach halt noch alles. Hattest du eigentlich jetzt bei dir schon irgendwas upgradeet? Ne, ne? Ne, noch gar nix. Ähm, ich glaube unten auf dem Planeten war auch noch eins. Warte mal, wir gehen mal kurz runter. Ich glaube in der Kiste hier, genau. Ähm, ja, ich... Uh! Ich wollte eigentlich ins Inventar. Ähm, hier, nimm mal die 5 und guck mal, was du, äh, über das, äh, Dings hier upgraden kannst. Äh, ja. Ah, ich kann jetzt hier 3x3-Areas dann machen. Mit dem Ding. Momentan hast du ja 2x2 und jetzt gibt's 3x3. Okay. Wie 3x3? Hä? Die Felder. Die Felder, die du abbauen kannst. Achso. Hier. Kannst du jetzt... Ich kann jetzt mal noch 2x2 machen. Und jetzt wird der Abbild gleich 3x3 machen. Dann... Also... Ach hier, dieses Meta, äh, Prog Unit. Genau. Alles klar. Will ich 3x3 machen jetzt. Okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier an den Ofen. Warum haben wir vor unserem Haus so eine Pfütze? Das weiß ich auch nicht. So. Ähm. Oh, warte mal. Ich seh gerade, ich könnte den, ähm, den, äh, den Furnace hier schon mal, äh, upgraden. Soll ich das schon mal machen? Dann mach das. Dann schmälst du mir die Reste eigentlich nicht überhaben, ne? Ah, guck mal. Jetzt sieht er so aus. Dura Steel und Titanium Bar können wir jetzt dann, wenn wir das, äh, vorherige, äh, Dings hier, äh, finden, ne? Ja, aber nicht in diesem Planeten. Nee, da müssen wir in ein anderes, äh, Planeten-Dings, äh, rüberfliegen. Ähm. Dann bin jetzt nicht der Timer. Warte mal, hier Silberbars, das waren doch, äh, 10 Stück, die wir hier da brauchen, ne? Ja. Ja. Pass mal auf. Ich mach jetzt für dich mal 10 Stück. Ähm, wo ist denn das jetzt? So, hier einmal 10 Stück für dich. Oh, danke. Bitte. Ähm. Jetzt weiß ich nicht, ob wir vielleicht noch irgendwie was von den, äh, Ohre technisch brauchen. Ich hab alles, was ich hab da jetzt eingeschmolzen. Hm. Okay. So, jetzt prob ich erstmal, was haben wir hier? Sechs Titanium Bar, sechs Copper Bars und sechs Silver Bars. Dann können wir... Dann können wir... Du hast sechs Titanium Bars? Bitte? Du hast sechs Titanium Bars? Nee, die brauchen wir jetzt für die, äh, guten Workbench, dass wir die upgraden können. Achso. Ich dachte jetzt hier, für die Anvil, für bessere Rüstung. Digga. Äh. Ne, warte mal, beim Anvil, da war ich noch gar nicht. Also hier. Upgrade. Ja gut, da auch noch sechs Titanium Bars. Alles klar. Dann, ähm. Ich weiß, der Timer hat sich zwar gerade... Ach, Titanium Bar haben wir noch gar nicht. Nein. Ach, scheiße. Ähm. Weißt du was? Dann, ähm. Machen wir jetzt einfach einen kurzen Schnitt. Ja. Und melden wir uns dann gleich, äh, ich würde sagen, im Outpost wieder. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wollte ich auch sagen. Alles klar. Dann, äh, Leute, bis gleich. Tschüssi. Tschüssi. Soon.